Beförderungserschleichung umgangssprachlich als Schwarzfahren bezeichnet liegt vor, wenn jemand ein öffentliches Verkehrsmittel absichtlich unberechtigt benutzt und sich dabei allgemein täuschend mit dem Anschein umgibt. Er erfülle die nach den Beförderungsbedingungen des Betreibers erforderlichen Voraussetzungen. Dies ist in vielen Ländern eine Straftat. Deutschland Hauptartikel Die Beförderungserschleichung wird in Deutschland nach 265a Strafgesetzbuch sanktioniert. In Deutschland wird je nach Verkehrsverbund der Anteil der Schwarzfahrer auf 0,6% bis 6% geschätzt. Seit 2003 betrug das erhöhte Beförderungsentgelt 40 Euro. Der Betrag wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2015 auf 60 Euro erhöht. Österreich Im österreichischen StGB existiert der 149, der auch die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne Bezahlung des vorgesehenen Fahrpreises einschließt und mit gerichtlicher Strafe bedroht. Wer die Beförderung durch eine dem öffentlichen Verkehr dienende Anstalt oder den Zutritt zu einer Aufführung, Ausstellung oder einer anderen Veranstaltung oder zu einer Einrichtung durch Täuschung über Tatsachen erschleicht, ohne das festgesetzte Entgelt zu entrichten ist, wenn das Entgelt nur gering ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu 60 Tagessätzen zu bestrafen. Nach gängigen Rechtsmeinungen ist diese Handlung aber nur gerichtlich strafbar, wenn beim Einsteigen ein Schaffner oder eine sonstige anwesende Aufsichtsperson getäuscht wird, also beispielsweise nicht bei Benutzung eines schaffnerlosen Straßenbahnzuges ohne Fahrschein. Wer bei einer Kontrolle versucht, etwa durch verschiedene Vorwände aus der Situation herauszukommen, könnte sich dadurch aber das 149 schuldig machen. Auch könnten die Kosten einer Fahrkarte im Fernverkehr nicht mehr als geringes Entgelt angesehen werden. Um diese Gesetzeslücke zu schließen, kann Schwarzfahren gemäß dem Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 Artikel 3 von den Behörden als Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis zu 218 Euro geahndet werden, Sofern der 149 StGB auf den konkreten Fall nicht anwendbar ist, zweite sich außer in den Fällen einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung die Beförderung durch eine dem öffentlichen Verkehr dienende Einrichtung verschafft, Ohne dass nach den Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen dieser Einrichtungen festgesetzte Entgelt ordnungsgemäß zu entrichten, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde für das Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von dieser mit Geldstrafe bis zu 218 Euro zu bestrafen. Die Tat nach ABS 1Z2 wird straflos, wenn der Täter bei der Betretung, wenn gleich auf Aufforderung, den Fahrpreis und einen in den Tarifbestimmungen oder Beförderungsbedingungen etwa vorgesehenen Zuschlag unverzüglich zahlt. Dies gilt auch, wenn der Täter den Fahrpreis und einen in den Tarifbestimmungen oder Beförderungsbedingungen etwa vorgesehenen Zuschlag innerhalb von drei Tagen zahlt, sofern er sich bei der Zahlungsaufforderung im Beförderungsmittel durch eine mit einem Lichtbild ausgestattete öffentliche Urkunde ausweist. Das Recht zur Berechnung einer Mehrgebühr bzw. zur Feststellung der Identität ist in den allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Kraftfahrlinienverkehr 25 festgelegt, bzw. werden der ausstehende Fahrpreis und die Mehrgebühren des Verkehrsunternehmens sofort oder innerhalb eines festgelegten Zeitraumes bezahlt. So erfolgt keine Anzeige bei der Verwaltungsbehörde und die Verwaltungsstrafe entfällt. Wenn der Fahrpreis und die Mehrgebühren nicht oder nicht fristgerecht bezahlt werden, kann das Verkehrsunternehmen diese auf zivilrechtlichem Weg einfordern und eben zusätzlich eine behördliche Verwaltungsstrafe verhängt werden. Laut OGH-Urteil dürfen Fahrscheinkontrolleure und andere von den Verkehrsbetrieben beauftragte Personen, wie etwa private Sicherheitsdienste, mutmaßliche Schwarzfahrer anhalten, um deren Identität von der Polizei feststellen zu lassen. Für diesen Zweck sind angemessene Anhaltemaßnahmen durch Kontrolleure als Selbsthilfe nach 344 A BGB gerechtfertigt. Schweiz In der Schweiz besteht mit Art 150 StGB eine ähnliche Bestimmung wie 265 A StGB in Deutschland, die das Erschleichen einer Leistung unter Strafe stellt. Frankreich Die SNCF veröffentlichte im Februar 2015 einen Plan an Tiefraude. Darin kündigt sie eine Erhöhung der Strafgebühren beim Schwarzfahren an. Sie plant Investitionen in Bahnsteigsperren, Griechenland. In der Metro von Athen kostet der Schwarzfahren das 60-fache des Ticketpreises. Konkrete Fälle In Graz wurden im Mai 2014 24 Fälle gerichtlich verhandelt, in denen mittlerweile großteils gekündigte Mitarbeiter einer Security-Firma, die mit der Fahrscheinkontrolle für die städtischen ÖV-Linien betraut war, abgelaufene Fahrscheine markiert, auch an Bekannte weitergegeben und falsche als gültige akzeptiert haben sollen. Diese Praxis soll durch einen Mitarbeiter der Mobilitätszentrale entdeckt und durch Detektivarbeit im Zeitraum 2011 bis 2013 erkannt worden sein und einen Schaden von gut 110.000 Euro verursacht haben. Dabei gab es jedoch 17 Freisprüche, zumal die tatsächliche Schadenshöhe nicht glaubhaft bewiesen werden konnte. Schwarz- und Graufahrer Die Beförderungserschleichung wird oft auch als Schwarzfahren bezeichnet. Neben der Gruppe der Schwarzfahrer wird in Fachkreisen auch die Gruppe der Graufahrer thematisiert. Als Graufahrer werden insbesondere die Personen betrachtet, die einen Fahrausweis besitzen. Dieser im Sinne der Beförderungsbestimmungen jedoch kein gültiger Fahrausweis ist. Die Zuordnung zielt insbesondere darauf ab, dass kein vorsätzliches Handeln vorliegt, diesen nicht oder falsch entwertet hat. Uneinheitliche Tarifbestimmungen tragen dazu bei, dass der Graufahrer glaubt, im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Bisweilen wird ein Fahrausweis aber auch über seine örtliche oder zeitliche Gültigkeit hinausgenutzt. Wobei die Verkehrsunternehmen im Falle eines geringeren Verschuldens in der Regel Kuhlands gewähren und nur einen niedrigen Betrag erheben oder ganz von einer Verfolgung absehen. Die Schwierigkeit besteht darin, den Grauf am Schwarzfahrer zu unterscheiden. Erste jemand z. B. Ortsunkundig und hat seinen Fahrausweis deshalb nicht entwertet, weil er es gewohnt ist, diesen entwertet aus dem Automaten zu erhalten. Oder ist dies nur ein Vorwand, um die Beförderungsleistung zu erschleichen? Mit der nachträglichen Klärung dieser Frage zwischen Fahrgast- und Verkehrsunternehmen beschäftigen sich Schlichtungsstellen, wie die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr oder die Schlichtungsstelle Nahverkehr NRW, Schwarzfahren mit Kennzeichnung. Eine neue Variante des Schwarzfahrens wird zurzeit in Deutschland zu juristischen Debatten und Prozessen. Immer mehr Personen fahren gekennzeichnet ohne Fahrschein mit dem Argument, dass es dann keine Erschleichung und somit nicht strafbar sei. Während die Bundespolizei die Auffassung vertritt, auch offen erkennbares Schwarzfahren sei eine Straftat, ist es inzwischen zu ersten Freisprüchen gekommen. Auch auf Diskussionsseiten von Jura-Fakultäten geht der Trend eher zur Verneinung einer Strafbarkeit. Weitere Prozesse vor Gericht laufen zurzeit, siehe auch, blinder Passagier, Liste besonderer Betrugsarten, Fahrkartenkontrolle.